Musik Das großartige Klima der Kanareninsel macht Teneriffa zu jeder Jahreszeit zu einem beliebten Urlaubsziel. Das Altos-Exklusiv-Hotel Los Olivos Beach Ressort liegt direkt am herrlich flach abfallenden Sandstrand von Costa Adeche. Dieses moderne Ferienressort besteht aus den Apartmentanlagen Los Olivos und Lago Stefania B. Beide Swimmingpool-Landschaften laden zum Relaxen und Sonnenbaden ein. Ein perfektes Hotel für Paare und Familien. Zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten sind in direkter Umgebung an der schönen Uferpromenade. Eine Besonderheit auf den Kanaren ist der hoteleigene Beachclub Fania Bay. Die Sonnenliegen, Snacks und leckere Cocktails sind hier inklusive. Die renovierten und stylischen Junior-Suiten sind ca. 40 Quadratmeter groß und in einer Kitchenette ausgestattet. 75 Quadratmeter groß sind die Apartments Typ B. Die Variante Gold verfügt über ein separates Schlafzimmer, Kitchenette und liegt in den oberen Etagen mit Klimaanlage und Dachterrasse zur Meerseite. Duplexvillen mit rund 100 Quadratmeter liegen in erster Strandreihe. Das Obergeschoss bietet zwei separate Schlafzimmer und hat Platz für vier Erwachsene und zwei Kinder. Neben einem eigenen Bali-Bett gibt es eine Dachterrasse mit Meerblick. Im Alacat-Restaurant La Tosca werden Gerichte der italienischen Küche bis hin zu Speisen der mediterranen Kochkunst serviert. Als Hotelgast erhält man hier einen Preisvorteil. Das Abendessen genießt man direkt am Meer auf der großzügigen Terrasse. bettst BONTE D App-Ur 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 D App-Ur